Ich habe ja bald gearbeitet und dann muss ich noch Eisen suchen, damit ich die Gleise bauen kann. Dort müssen noch Gleise runterkommen, so schön in die Burg rein. Ich hoffe dann, dass es einen Kilometer ist. Ich glaube es zwar nicht, es müsste ja schon ein bisschen länger sein, so einen Kilometer. Und was steht genau? At least one Kilometer from where you started. Ich weiss jetzt nicht, ob das Distanz gemeint ist oder ob das einfach die Schienenlänge gemeint ist. Ob es einfach verbunden sein oder ob es einzelne Stücke sein könnte, ich weiss es nicht genau. Wenn jemand von euch das weiss, könnt ihr es noch bitte sagen. Wenn ich die Hole. Und sonst ist es egal. Ich sehe es dann, wenn ich es mal per Zufall erfülle. So, 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 so. Ah, da muss ich noch fertig machen. Jetzt bringt dir die Mauer gar nichts. Wenn du sie einfach da rein machst. Wenn du sie einfach da rein machst. Die Nummer immer hat so cool finde ich. So, so, so... Bro. Oh, so, 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 sooo. So, so soo. So, so so soo. So, so so. Vorher habe ich unbedingt nicht den Rack gebraucht und jetzt kann ich wieder weg rühren, weil ich so viel habe, immer dasselbe. Das ist am Anfang auch mit Cobblestone, oder? Ja jetzt zum Beispiel auch, jetzt brauche ich sehr viel, aber wahrscheinlich habe ich einfach wieder zu viel drinnen. Egal, bauen wir dort noch einen Stock drauf an. Und da muss ich mir schon Gedanken machen, neue Staffeln, wie und was ich dort alles machen könnte. Die wären Endermen, da bin ich extrem gespannt, wie die wirklich aussehen. Das müssen krasse Wesen sein, glaube ich. Oder sind sie neutral? Ich glaube, sie sind aggressiv, wie ich gelesen habe. Ja, wir sehen sie dann auch noch. Da haben wir es schon. Da ist es schon fertig. Ich bin so blöd, ich bin so blöd. Echt. Egal, ich cheate jetzt einfach. So. Scheiss mir auch. So ein Furzgacki-Dreck. Jetzt habe ich einfach wieder verhangen zu zählen und merke, es geht gar nicht auf. Ei, 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 Dioschmia. Ja gut, wegen diesen zwei Ecken geht die Welt auch nicht unter, oder? Also wenn ich viel TNT hätte, würde sie schon untergehen, aber ich kann es leider nicht. Und ich meine natürlich nur die Minecraft-Welt von mir. Cheat. Also, cheat. Ja, cheat kannst du ja nicht sagen, aber es ist für mich eben schon fast ein bisschen cheaten, so ein bisschen betrügen am Rand, weisst. Also doch, ja, es ist cheaten. Bam, in the face. Ja gut, die Mauer steht. Jetzt heisst es nur noch rausnehmen. Hier wieder alles wegnehmen, dass es einfach wieder auch sinnvoll wird, oder, die Mauer? Und von anderer Seite muss dann auch noch etwas wegnehmen, dass die geschissenen Münsterchen nicht reinkommen. Jetzt kommt's mit. Woher geht dir? Das Gewürm, der Abschau. Das Gewürm, der Abschau. Die Fröhre geht. Tuck, 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 Tuck. Tunk, Kul. Der blöde Soul Sand, der geht so lange zum Abbau im Vergleich zum Dead Wraken. Schaut jetzt. Okay, da geht es viel hin. Aber da ist es gleich. Scheiße, Tuck. Die erste Schicht werden wir ein wenig weggegeben. Nein, dunkel. So. Und nochmal eine. Und nochmal eine. Und nochmal eine. Am Schluss darf ich wahrscheinlich nochmal eine Schicht wegnehmen, um alles noch mit Clean Stone auszulegen. Stopp, stopp, stopp. Da weint man nicht. Das auch nicht. Aber da ist es. Da muss ich nur gucken, was ich da halt nochmal. Wack dem Brun hier. Das ist ein Rasenmäher. Grabe, 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 Grabe. Jetzt wie eine Schreitmaschine. Ich habe die Räder schon bei dem Grabe. Jetzt geht meine Spitzhaken schon gut. Oh ja, noch mehr Grabe. Ah, die Dichte können ich nicht mitholen. Bäm. Ah, das ist ein Schreitmascher. Das ist ein Schreitmascher. Das ist ein Schreitmascher. Die Schreitmascher. Ist das jetzt schon die unterste? Geht gleich schnell. So. Das ist ein Schreitmascher. Ein bisschen aufpassen. Gut, das können wir noch wegnehmen. Was machen wir für den Eingang? So. Es kristallisiert sich etwas, wie eine Brücke. Wir haben einen Schreitmascher. Hm. Ja, das Problem ist nur der Fluss, den ich meine, ist ein bisschen weiter oben. Äh, warte, ich zeige sogar, was ich meine. Ich werde zuerst erst mal erst fertig machen. Gut, dann holen wir jetzt kurz ein bisschen Holzlättchen. Den Netherag kann ich vielleicht noch brauchen, ich glaube es zwar eher nicht. So.